Wir haben dieses extrem geile Chili gemacht. Dazu habe ich erstmal Paprika geschnitten und zwar habe ich da diese, ich sag mal, Abschäl-Variante gewählt. Die hat echt gut funktioniert, die Kerne waren alle draußen, das ging echt gut. Natürlich kommt noch eine Zwiebel dazu, also mehrere. In dem Fall habe ich, glaube ich, fünf Zwiebeln geschnitten und mit reingeschmissen, weil es für zwölf Mann war und habe dann insgesamt zweieinhalb Kilo Hackfleisch angebraten, also in zwei Päckchen sozusagen, in einem großen Topf, damit das erstmal schön durchbraten kann. Habe es dann auf die Seite geschoben und habe dann noch die zweite Hälfte dazu, die auch schön angebraten, also schon auch richtig schön scharf angebraten, dass da richtig Rösterrummen rauskommen, das ist ziemlich wichtig, dass das passiert. Dann noch die Zwiebeln dazu, wie alles durchgebraten war und Knoblauch kam natürlich auch dazu mit einer Knoblauchpresse, also die war aber nicht so toll. Es ging zwar alles echt gut durch, weil die komplett aus Metall ist, aber es hing dann trotzdem noch die Hälfte hinten drin und das Rausgepol ist schon immer, naja. Da natürlich ein Stückchen Butter dazu, weil das natürlich immer gut ist für den Geschmack. Butter ist schon Geschmacksträger halt auch. Und dann kommt natürlich erstmal Rotwein rein. Also ich habe jetzt da zwei ganze Flaschen reingejagt, damit das dann schön auch verkocht und den Geschmack wiedergibt und vor allem, dann wird das auch so richtig schön sämig. Das ist also richtig angenehmer Geschmack. Natürlich mit dem Tornado, das ist ja eh klar, dass doch so der Rotwein rein muss. Der wird dann in dem Fall wirklich stundenlang ausgekocht, also das hat zwei oder drei Stunden dann noch gekocht, bis es dann weiter ging. Das sah dann so aus, ich habe dann Wasser noch nachgefüllt und habe auch ein bisschen Gemüsebrühepulver mit rein. Da habe ich jetzt extra eins gekauft, dass es keine Geschmacksversteiger und so weiter hat, also zumindestens halt nichts, was auffällig ausschaut. Was wichtig ist, ist, dass man auch immer wieder unten am Boden entlang kratzt, um alles, was sich ein bisschen angelegen hat, halt wirklich wegzukriegen. Also da muss man schon drauf aufpassen, weil sonst verbrennt es einem unten halt drin, das ist nicht so gut. Die Paprika natürlich noch mit dazu, das ein bisschen noch den Geschmack abgibt. Und dann habe ich Tomaten in Stücken aus den Dosen mit rein, eigentlich auch ziemlich viele, und habe das dann halt auch nochmal richtig schön kochen lassen. Also ich habe das ganze Ding über zwei Tage zubereitet und das hat wirklich stundenlang gekocht. Gewürze habe ich natürlich auch rein, Paprika habe ich natürlich dazu, Cayennepfeffer in ziemlich großer Menge und Habanero Chili-Flocken und natürlich jetzt kommen die Bohnen dazu. Da habe ich aber auch zwei Arten genommen, einmal die Kidney-Bohnen und einmal die weißen Bohnen hier, aber auch kräftig dazu, auch wenn sich da die Geister scheiden, weil viele sagen, oder spezielle Kandidaten sagen, dass ein Chili ohne alles ist. Also alles andere ist ein Eintopf, wenn da Bohnen drin sind, aber sehe ich nicht so eng. Ich mag es mit Bohnen und ich muss zugeben, normalerweise haue ich auch noch ein bisschen Mais ganz am Schluss mit rein, dass der halt noch ein bisschen knackig bleibt. Das ist auch immer sehr lecker. Auf jeden Fall auch hier wieder kochen bis zum Abwinken und rühren, rühren, rühren. Das ist eh klar, damit das alles schöner ein wenig sämig wird und halt ein schöner Eintopf wird. Also das ist ganz wichtig. Und da ist es. Ich haue gerne noch ein Klecks Creme Fraiche obendrauf. Das macht es nochmal ein bisschen sanfter, war echt geil.